Der ist bescheuert! Du bist der Polizei-Wahrer? Ne, das bin ich. Hä? Mal schauen. Ich schau grad mal, ob ich das Ding wieder finde. Ey, ich... Dieses Zurückzusetzen ist echt geil. Ich wollte die Kofferrabenklappe aufmachen, dann stand ich nicht mehr am Auto. Was ist denn das? Das Problem habe ich beim Einkauf auch, helft das. Powered Milk. So, die Zombies können kommen. Ich habe die gefährlichste Waffe der Hausfrau bei mir. Ich habe den Rack gefunden. Oh, warte mal, Tono schreibt gerade. Was will der denn? Tono schreibt viel. Tono schreibt viel. Tono, warum? Manga, yeah! Warum bist du auf deinem Kanal und nicht auf Let's Playz.de? Ja, hat seinen Grund, ne? Damit die Zonky-Sau was davon abkriegt. Genau. Fame-Hure. Soll ich jetzt Fame-Hure schreiben? Ja. Ist am besten. Fame-Hure. Fame-Hure. Nein, ich habe die ganze Arbeit damit gehabt. Entschuldige mal bitte. Ja, aber als Redakteur von Let's Playz.de. Ja, aber Let's Playz.de hat fast weniger Abonnenten als... Nein, ist egal. So. So, wo bist du, Zonky? Bissl FIFA und vielleicht gleich noch GTA 5. Wir können auch theoretisch... Ihr habt kein GTA, ne? Ich hab GTA. Ne, der Metzl wieder nicht. Der hat wieder... Was hast du eigentlich auf deinem Drecksrechner als... Ah, halt. Alter! Ich habe das... Ich erschrecke nicht App drauf. Ich hasse dich. Oh, fuck. Sonky, ich lass dir ein Dings fallen. Oh, fuck. Zielfernrohr. Ja, schön. Mal schauen, ob du auf die Mose draufklappen kannst. Alter, mach... Ich meine, du hast mich ja noch versuch... Oh, alter. Nee, geht nicht. Aber ich... Vor allem ist jeder so... Ah, hi, Sonky und er... Ja, das gibt nicht. Sonky, jemand ist Spieler. Was? Das ist ein Spieler. Ehrlich, Schatz? Ja, der glaub ich auch ne Wache. Ja, sag mir das doch. Ach, hast ja grad. Ähm... Hab ich grad. Wirst du den holen wir uns? Ähm... Oh man, das leck grad dieser... Ach, da bist du. Der ist im ähm... In dem grauen Haus mit dem Graffiti dran. Na dann rein, wo bist du? Ich bin hier um die Garage rum gerannt. Jetzt wird's taktisch. Wir werden so failen oder sterben. Oder beides. Ich hab nur... Ich hab nur einen Schuss in meiner... Äh... Ja, ich auch. Wir haben schon zwei. Da ist keiner. Obwohl... Der ist auf der anderen Seite wieder... Der ist auf der anderen Seite wieder... Der sind... Ja, aber der ist auf der anderen Seite wieder raus. Die Tür ist offen. Der umrundet uns. Ich bin... Die war schon die ganze Zeit... Die war schon die ganze Zeit offen. Alter, wo bist du denn? Lass uns doch zusammen sterben. Beide kann er nicht töten. Jetzt schauen es 50 Prozent, dass ich überlebe. Ich bin... Ich bin grad vor dem Haus, wo der Typ reingerannt ist. Ne, das macht Sinn. Direkt nach vor der Tür? Jo, tatsächlich. Siehst du mich? Ja, dich ja. Ich hör die Tür öffnen und schließen. Ehrlich? Ja. Ja, dann gehen wir auf den Ausgang. Ich... Du... Du hinten nicht vorne. Der hat ja... Die Tür hat ja nur zwei Ausgänge, ne? Ja. Also das Gute ist, ich hab was hier angewunden. Ich muss mich konzentrieren. Ah! Ich hab ihn, ich hab ihn. Ist er tot? Nein! Der ist grad an mir vorbeigerannt. Dann ist er. Was legt der sich denn jetzt hin, dieser Vogel? Steh auf! Schießen ab! Nein, ich stehe an meiner. Du hast gewittert. Ich denk, was kloppt denn hier draußen rum? Hast du ihn? Ich seh ihn, also der ist hier grad links lang gelaufen, wo du grad lang rennst. Du hast glaub ich, ein Zombie aufgeschreckt. Ich? Ja, hinter uns ist ein Zombie. Ja, aber wo ist der Typ? Der ist da links weiter gerannt. Alter, wir sind so scheiße. Lass den laufen. Der hat keine Waffe. Zumindest hat er keine Munition. Man muss den schnappen? Man sagt in der Stream. Ne, solltest du nicht. Na gut, dann nicht. Hä? Wieso antworten der Stream sofort? Weil die Antwort schon seit 10 Minuten da steht. Ach du Penner, sag das davor. Ja, jetzt ist er weg. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Ich hab zumindest nen Schuss abgegeben. Ich krieg echt so Hals ey, wenn sie bald nur was bekommen, wo ich dieses... Marc! Ich seh ihn auf jeden Fall nicht mehr. Ich bin hier, Achtung. Ich hab nix in der Hand, es kann nix passieren. Alter. Ich komm mir wirklich vor wie cholerisch. Ich bin doch nicht... Metzl, bin ich cholerisch? Manchmal, ja. Carver. Endlich. Schatz, was gelangt. Eine Axt gefunden hat, dass ich diese scheiß Dose öffnen kann. Du bist so ein Wichser. Ich werde überleben. Du wirst für weitere 30 Sekunden. Alter. Braust du 22 Millimeter Munition, Sonki? Also ich glaube der Stream... Was? Du wurdest erschossen. Wir wurden erschossen. Von wem? Der Typ hat sich umgedreht, hat sich irgendwo hingesetzt, höchstwahrscheinlich. Ich war an meinem Handy! Mann! Scheiße. Was lernt der Sonki da raus? Nee, weil sie in der Öffentlichkeit rumstehen. Nicht mit dem Handy fahren. Alter! Du Bastard! Das kommt halt, wenn man auf irgendwelche Leute schießt. Ey, einmal werd ich zum Töter. Einmal! Und was mach ich? Sterben. Kannst mal sehen. Nicht mal das kannst du. Jetzt geht er in die Lobby zurück. Wie hieß der Server? Ach, Schluck, 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 Schluck. Aber warte mal voll auf. Äh, Namek, ich glaub der meint GTA 5 spielen. Die geilen Stücke war das. Ähm, der Server ist voll. 30 von 30. Wieso bist du rausgeflogen? Sagen wir mal so, ich hab beenden gedrückt. Ähm. Ja, ich wollte grad sagen, du kannst doch einfach Fiesbund flicken. Die Klappe! Kannst du mal jemanden erschießen, dass der mal auf deinen geht? Da ist ne Claudia. Scheiße. Ey Claudia, komm mal her. Was Leute passiert, wenn man sich vom Sonki überreden lässt irgendwelchen Scheiß zu machen? Ha! Ha! One-Hit! Warst du auch? Ne, ich nicht. Die Claudia hier. Ich hab auf dem Handy geschrieben. Oh, du! Birch! Ich weiß, wer schuld ist, auf wen mein Tod geht. Aztek! Ha! Ihr seid scheiße. Ähm. Verbinden. Ah! Ne! Oh, ey, was ein Fail, Alter. Ey, was ein Fail. Ich hab noch gesagt... Weißt du, wer schuld ist? Ne, Mac. Der hat zu spät geschrieben. Ne, der hat zu früh geschrieben. Ist egal. Jo, tu doch den einzigen Zuschauer verkrallen, den du grad hast. Wieso einen? Nein, ich hab drei. Schaust du auch grad den Stream an? Nein, der ist gestoppt. Warte, ich seh doch, wer guckt. Eigentlich müsste ich das sehen, aber ich seh's nicht. So, wenn du deinen Stream anschaust, dann bist du schon mal der eine Zuschauer. Dann ist der Namek dabei, das ist der zweite und ich schau mal auch an, das ist der dritte. Halt die Schnauze. Ich hasse dich. Du machst einem alles kaputt. Ja, ich bin ein Träumezerstörer. Mann, Claudia, brüll nicht so, komm her. Cool. Ja, aber ich... Wo bin ich eigentlich gespawnt? Irgendwo an der Küste. Das war mal gut. Aber... Du hast aber einen Vorteil mir gegenüber. Du bist wenigstens schon gespawnt. Ja. Ich habe mich ja komplett vom Server gemieden. Ähm, warte mal kurz. Ich glaub, meine Mutti ruft an. Mutti ruft an? Ja? Fick dich! Nein, ich warte. Hi Mama, fick dich! Sag mal, ist das Gewitter oder hockt hier einer Holz? Ich glaub nicht, dass... Hörst du das? Warte mal, sag mal still. Das ist Feuerwerk. Was ist denn hier für ein Feuerwerk? Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Arschig, Feuerwerk. Ich hab mich getroffen. Kleine Spastis. Ey, ich krieg grade zu viel. Ich... Ich hab grade... Ich, äh... Ich versuch mal auf den Server zu joinen. Äh, das Limit erreicht. Wir müssen auf einen anderen Server gehen, Mädels. Ich komm nimmer drum. Obwohl... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ne. Das ist wieder dieses Klick-Spiel. Klick, Klick. Das ist doch kein Feuerwerk! Die schießt doch irgendein... Ach, ist mir doch auch egal. Mir ist etwas übel. Ich will auf den Server. ich glaube ich bin sehr weit süd westlich oder ich würde gerne wissen was du bist ja das egal aber du bist jetzt on nein doch ich bin zwischen ich bin natürlich von elektro das schön das bringt mich gerade kein stück weiter auf dem handy aufs handy geklotzt erschossen das darfst du keiner erzählen vor allem wir haben auch noch irgendwo im feld gestanden also so jetzt wird es mal wieder zeit auf was zu essen finde also ich höre gerade das feuerwerk kommt vom kruger fest ok aber das ist kein feuerwerk warte mal gucken ob man das hört warte mal warte mal gucken ob man das hört es wird zeit dass ich in urlaub fliege ach metzl würdest du meinen channel übernehmen während ich im urlaub bin mit videos bestehen nein nein du kannst doch selbst schon mal ein paar videos hochladen und dann zeitig brennt hier die bude gerade ab und ich merke es nicht was kann ich ja dann müsste ich vorproduzieren du hält weißt du war nicht das schaffen ja gut hat mein tag hat ja 24 stunden wenn der nicht reichen habe ich auch die nacht aber richtig feg dich kleiner hurensohn lass uns jetzt einen anderen server nehmen ja bitte vielleicht ist da mehr loot hast du amma drei hast jetzt amma drei drauf und lass noch runter amma drei zocken nein ich hab noch kein amma drei drauf dann installierst du hast einen schnellen rechner ist in fünf minuten fertig den song ist waren vorstellung nicht wunderbar wir waren ganz aber unterwegs ja ich kann es aber mal wir waren jetzt nicht zusammen unterwegs ich habe ja keine freunde wie jeder weiß was du hast du hast du leute die versuchen nicht auszunutzen du kannst jetzt aber auch nicht sagen wer benutzt mich denn aus warte ich bin warte auf horst ich komme rein du bist jetzt auch wieder auf den server ja du solltest mal wieder auf den server joinen ach deine mama auf die hier steht auch für den scheiß da sind 12 von 50 leute halte ich lade den scheiß trotzdem runter dass wir haben schon so viel scheiße gebaut müssen wir unverdient online stellen da muss ich das erst muss ich das erst downloaden also egal ja ja mach ich alter ich bin am meer wieso gehst du denn vom server runter du blöde kuh alter was ist das geht hier der bombe hoch warte mal kurz das macht jetzt ich gehe mal kurz ans fenster ich bin mal gleich wieder da die russen sind da ich lade jetzt gerade einmal drei runter so wieso habe ich schon bildungsprobleme mit dem scheiß faktor kennst du das das ist so voll assi du sagst ich gehe mal kurz ans fenster setzt alles ab stellt sich ans fenster hörst nix es sei denn in der sie ja wunderbar bei dem server wo ich jetzt aufkommen habe ich meinen anderen char wieder ah ah ok ich bin hier an diesen an diesen an diesen ich glaube auch besser so ich bin doch nicht ich bin zurückgesetzt worden ich bin an diesen bomben stütz alter was ist das denn hier wie hat er neun ja ja ich bin auf neun gang mit mit heilut und so weiter und ich hab mein